einen wunderschönen guten sonntag genau und man hört schon die hintergrundmusik und was sehe ich denn ich kenne es das genau und das was gibt es hier neues und zwar habe ich mir diese seraphine schon gegönnt die ist so schön habe auch gleich mit oma mit dazu genommen ist auch so schön die ist toll so auf jeden fall manchmal wieder ein bisschen solo du ein zwei runden und moment support ich sehe seraphine antesten ich hoffe keiner bann sie mir das wäre jetzt ein bisschen ungünstig bin ich ja jetzt mal gespannt dass jetzt einer mir band wegschnappt das wäre fies so was habe ich hier chromas genau habe das als chroma bilge wasser pokal sagt mir ist gerade gar nicht so viel oh mein gott wie schnell es ging ich hoffe es geht nein ein spiel hat die bereitschaft abgo lehnend schön toll da hast du endlich wieder motivation und harun zu zocken und dann nimmt da einer nicht an das ist wirklich ganz gut Oh, 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 ich muss annehmen. Nee, eigentlich nicht. Ich muss mal warten. Ich gehe mal kurz auch mal in die Pause. Ich nehme das als Pause. Muss auch mal wieder sein. Kehle! Katze! Oh mein Gott, es geht hin. Ich bin gleich wieder da. Ein Moment. Ich bin gleich dein Ersatz. 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 Und let's go! Okay. Ich bin gleich dein Ersatz. 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 Aber naja. Oder nachkommt. Das kommt dann nach. Nach Smaragd. Ich hab keinen Plan. Das will ich aber wehren. Also ob ihr es schafft, ist eine andere Frage. Aber ich hab den Drang das zu wollen. das spiel ich nachher auf jeden fall. ich hab bocht drauf aber die musik ist doch schön richtig schön entspannungsmusik oh mein gott diese kleinen roboter viecher nerven auch also ich treffe die einfach nicht mehr ich habe jetzt gegen es aber ich finde es als supporter irgendwie stabiler als du kein zahn ob man das genauso sieht so wie ich aber ich sehe es halt hier ich habe keine mana mehr moment na nicht getroffen das wird mir grad zu viel ich hätte eh nichts mehr tun können also mit meinen kleinen normalen attacken komme ich ja eh nicht weiter ich bin nicht sicher wohin mein weg mich führt ich kann es kaum erwarten es herauszufinden mhm die ticket ist verschwunden weg away lost hn h rapidly hh 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 auch bald im wald wird aber was ich ja gut bin sagen schöpferin und stern besser gibt es nämlich dort oh gott das wird nix die ist gleich weg zack ich bin kein feichling oder so aber warum mich dann mit einem hätte er ähnliches mehr gebracht also ich möchte mich nicht von den umbringen lassen dieser nummer punkte geht ja auch nicht na ich habe einfach mal gar kein roter für ein bisschen machen weil noch diesen trank die zusammenarbeit mit es kompliziert ich glaube ich gehe auch mal oder kanalisiere ich oder nicht da lasse ich ein bisschen laden ich habe gar keinen plan ich komme nie aus dem roten roten ich komme nie aus dem roten roten einen das wird da ich bin da ich bin 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 Na, alter, geh weg von mir. Ich kann nichts tun. Ich muss zurück. Das ist krass gefährlich. Das ist krass gefährlich. Das ist krass gefährlich. Alter, was ist das da? Das ist krass gefährlich. 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 Oh mein Gott. Das wird sowieso nicht so aufpassen, wenn ich jemanden umbringe. Also nicht in dem Leak. Das ist krass gefährlich. Das ist krass gefährlich. Das ist krass gefährlich. Und wenn ich mir auch nicht in der Schule kommen soll, wie dass, wenn es ein Tier patient, wenn esmt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Ich wollte schon sagen, kommt da ein Gegner aus dem Mitspieler. Ich wollte schon sagen, kommt da ein Gegner aus dem Mitspieler. Ich geh einfach mal mein Team hinterher, weil ich alleine... Das wird nisch. Dem helfe ich dir so ein bisschen. Mit dem ich einfach dastehe und nix tue. Gönn dem doch einfach hier. Oh mein Gott, sie steht. Ach, mein anderer Mitspieler, der ist da oben. Okay. Äh, ja... Der ist da oben. Der ist da oben. Und das ist da oben. Ich bin da oben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Okay. Oh, das war ich! Zufall! 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 Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich seh meine Tasten nicht mehr. Okay, ich bin schon wieder weg. Ja, die Katze leckt mich einfach ab. Die kommen einfach so im Bildschirm, streckt sich und dreckt sich, macht elegante Moves und einfach abgelehnt. Ja. Vor allem, er hätte ja nicht mal schlafen können, so um diese Zeit. Nein, kommt er hierher und macht sich jetzt hier breit auf meinen PC-Tisch und guckt der zu, wie ich hier mit dem, mit meinem Champion, nein, er leckt meine, meine Hand ab. Ich kann mir nicht ganz empfehlen. Guck mir nicht so hin an Caleb. Es geht nicht. Erklär mal bitte eine Katze, dass du gerade ähm, spielst und bleibt nicht. Ich kann mir nicht konzentrieren. Oh Mann, die ich ihm aufsinnere. Kriegst du nicht, hör auf. Ich brauch meine Tasten. Ach, ich krieg schon Tränen in den Augen, weil es gerade so lustig war. Ich hab' meine Katze mal eine Kopfhörer aufgesetzt. Nee. Monsieur letztlich sehr mit sich machen. Gibt ihr auch so einen Filter in TikTok, ähm, wo so eine Katze so ein Meckes Mitarbeiter wird, so als Cap, hab' ich bei meiner Plüschkatze gemacht von Kleine Katze G, hat auch funktioniert. Oh. So. Mein Bär ist wieder da. Alter, weg von meinem Bär. Ich hab' meinen Bär kaputt gemacht, Eri. Grunde. Für Dürfen. Geh' ihr jetzt. Bitte. Lass geht's uns. Geh' ihr jetzt. Hochzeig. Geh' ihr jetzt. Du bist die Summe. Schrauben schon. Und dann geht's mich an. Nein, nein, doch, doch, doch. Ich renne hier mit übelst hier Gold rum, aber egal, egal. Oh, ich hab auch immer der Katze auf dem Laptop so ein Video, YouTube angemacht, wo so Fische schwimmen und die immer so mit der Foto so gekratzt auf dem Bildschirm. Was, hattest du, wie rennt bei mir hier mit rum oder was? Voll süß. War da so. Vielen Dank. 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 Das tut schon... Und ich... ... 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